Willkommen bei TTT und ich bin StoryAx und mit dabei ist der Captain Awesome, Captain Daydreamer und der Moxon. Moin! Guten Tag. Ja, guten Tag. Und damit würde ich sagen, los geht's. Wie ihr alle sehen könnt, ich bin Innocent. Hau ab. Wie ihr alle sehen könnt, gerade bei mir, meine lieben Zuschauer, ein richtig grünes Innocent. Ja, ja, klar. Weißt du, der auch schon Trader-Shop. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt gibt es auch bei uns, außer bei Moxon, überall TTT zu sehen. Ungefähr dreimal die Woche. Ja. Und ja, muss man sich halt irgendwie absprechen. Die anderen Sichten stehen bei mir unten dann in der Beschreibung drin, da könnt ihr euch auch die anderen Sichten ansehen. Bei mir ebenfalls. Wenn ihr Bock drauf habt. Ob man sagen muss, wir sind alle noch nicht so die Pros, der Server ist auch bis jetzt irgendwie noch so ziemlich random eingestellt. Ja. Also noch nichts Benutzerspezifisches, aber das wird sich alles nach der Zeit ändern. Und ja. Nur mal meine Zuschauer, bei mir lagts irgendwie bei der Aufnahme. Wtf. Wir können auch hinterher mal so Splitscreen machen. Also das ist dann der andere Screen irgendwie auch drin ist. Ja, ja, das ist alles drin. Aber das können die Zuschauer mal in die Beschreibung packen. Äh, in die Beschreibung, in die Kommentare packen. Irgendwie vertraust. Awesome ist Traitor. Der hat schon, der es hört. Der es hört. Ja, ich bin auch gerade runtergefallen. Ja, ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Ja, 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 komm, komm, komm. Alter, deine Fresse, du hast fast schwerst gegen mich. Alter, ich habe auch einen Fehler. Ich habe gerade auszusehen auf 60 Frames eingestellt. Normalerweise nehme ich nur mit 30 auf. Ach, das ist es vielleicht bei mir, ich auch. Ja, gut, ne? Ich nehme immer mit 60 Frames auf, weil YouTube das ja auch unterstützt. Ja, jetzt, ja. Ja, jetzt, aber nur auf Chrome. Bei mir ist das lustige Hauptsache, dass die File Rate und FPS Rate sind die ganze Zeit gleich. Also 60, dann noch 40 auf einmal und so ein Stranger Sachen. Ja, ja, das kriege ich aber ganz schnell geändert, also. Achso, nochmal ein kleines Info-Need-Zuschauer. Ich habe übrigens nur einen Karma von 751, weil der Server das anscheinend speisert. Ich weiß nicht, wie man das nicht. Ja, und ich von 987, wir haben von so einem Billig-Ding. Ja, ich denke mal, wir sind halt zu inkompetent, das einzustellen. Wenn einer von euch eine Ahnung hat, wie man das einsteht, schreibt es bitte in die Kommentare. Der, der Tipp, der mir am besten hilft, der kriegt einen Keks, so. Ja, der Traitor muss sich langsam mal beeilen, ne? Richtig. Also, Amokston, beeil dich. Amokston, komm, gib Gas. Nein, der ist das nicht, der ist das nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht bin ich der, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wie ich das bloß bist. Ich habe eher das Gefühl schon, dass das ist irgendwie... Das ist der Awesome. Ja, nee, am Arsch, ey. Ich sag doch auch. Ich sag, ich sag, ich sag... Ja. Der Amokston fängt wieder an, so viel zu reden. Ich bin mir unsicher. Ja. Ich rede doch gar nicht. Okay, hab ich gerade Schiss, das... Ich will doch gar nicht. Ich rede doch gar nicht, ey. Ich beruhig dich, dummer. Gerade war auch gut, ey, der... Stop, 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 stop. Warte, 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 warte. Was ist... Komm, jetzt. Naja. Oh, der wird schon wieder innozentrisch, der Junge. Ja. Achja, hier können übrigens bei G unser Logos trainen. Geht aber leider nicht. Bei mir. Irgendwas. Ach, ja. Ich sag mal kurz den Stein. Jodoriax. So. Und auch, das ist mein Schutz. Warum legst du die Waffe ab? Weil ich mir ne Shotgun nehmen will. Weil mir die Scheiße M4 zu schlecht ist. Ihr habt alle Shotguns, das ist mega unfair. Ich hab ja keine Shotgun. Was hast du denn da? Ja. Hab ich doch, aber... Naja, pssst. Was hast du denn da? Ist das die Huge M249? Ich hab holst das. Boah, ich schwör. Ändere die Huge. Die ist so schlecht, ne? Ja, die will ich auch ändern. Hier, die ist auch ne Shotgun. Nimm dir die. Shotgun ist echt die beste Waffe. Huge ist so ziemlich die schlechteste. Ey. Da, ja. Awesome, awesome, awesome. Ah, die Sau. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Wow, beste Runde, ey. 8 HP. 8 HP. Drecksbuck, ey. Ist das scheiße. Ja, da war aber jemand. Ja. Ja, aggressiv. Krass. Aggressiv. Aggressiv. Nein, ich verbrenne. Oh, Mann. Aggressiv. Alter, was macht der Typ? Verlässt der gerade sein Zimmer? Nein. Das ist mir ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, das regt mich auf. Ich bin rückwärts gelaufen, dann auf diesen Drecksstein drauf. Ich find das nicht viel witzig. Ja, witzig, warte die Fresse. Eine Runde Mitleid. Oh. Ah, ich bin, äh, innocent und, oh nein, hier unten. Okay, Danny ist Traitor. Ich bin wieder letzter. Fuck you, ey. Ich mach aber auch keinen Schaden. Das ist mega unfair. Ja, Licht am Server, da werden wir alles noch ändern müssen. Eigentlich hab ich aber keine Waffe. Alle haben wieder 1000, bis auf, ja, awesome. Ja. Ich kann auch nichts dazu bekommen, weil ich jetzt gerade Traitor war. Du Traitor, du. Alle Traitor sind Hunde, dieser Runde. Dennis ist doch gar nicht hier. Äh, 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 äh. Ja, blöd ist, die kennen nur keine außer wir beide, ne? Ja, kann sein. Boah, geil, ich bin wieder alter. Amokson. Amokson ist bei mir. Ich weiß nicht, was er hat, den Zweckerauss. Ja, Daydreamer ist das. Warte, ich bin nur hier. Amokson bei mir, wird sich das heißen. Alter. Alter, 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 Alter. Grenade, Grenade. Wer die Disco geworfen, wer die geworfen. Aber das ist ein Disco. Ich bin voll bei Wendig geworden. Das ist ein Disco. Das ist ein Granat, das ist doch... Ah, das war eine Insel, der Werte auf mich geschmissen. Wer war das? Das ist doch. Wer die Insel, der Werte auf mich geschmissen. Ich hab Schaden in den Siegel gekriegt. Wer war das? Ma, ich will hier runter. Ist es gar nicht. Das war der Traiteure. Ah, ich komm jetzt, ist hoch. Oh. Lat, 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 Lat. Alter. Amokson. Halt. Ma, geh aus dem Weg. Kannst du mal hier. Ja, mach es aber, ne? Wo soll ich denn hingehen? Du liebst ja auch alles hier aus. Alter. Boah, ich höre meine Meinung erst mal hier. Grund getan. Deine Meinung interessiert keinen. Ax, 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 Amokson, ich hab's gesehen. Ich bin hier auf dem Discoist und drauf. Ich hab ihn. Fuck. Schieß dir die App von hinten ab. Ich bin noch nicht so gut. Lalalalalalalala. Den hab ich auch nicht weggerotzt. Ich stehe, du Baller. Alter, den hab ich auch nicht weggerotzt. Nein, ich bin schon wieder... Boah, ich will nicht. Ich auch, ich auch. Hör doch, Trotter. Nein. Hattet ihr den Lava-Spawn? Scheiße. Was ist denn Müll, ey? Das so, also die... Wieso legst du dir keine Schrotze? Was soll denn das? Oh, Mann. Ink. Ach. Oh, ja, genau. Ich bin innocent. Innocent. Ich auch. Ich will auch mal Traitor sein. Also alle sind innocent, ist klar. Natürlich. Oh, fuck. Ich hab's mal... Wo seid ihr denn? Ach, da oben seid ihr Schnuckis. Oh, das ist... Ja. Ey, weißt du, der verschluckt die ganze... Der verschluckt sich direkt dabei. Ja. Beim Lecken war das. Während der... Während der ein Arschloch legt, ey. Ja, weiß ich. Ja. Okay. Wo seid ihr denn, ey? Ja, da oben ist der Danny auf jeden Fall. Der sieht schon mal ganz schön. Der ist verdästigt aus. Der hat dann Bomber gelesen. So einen Bogen gerennt. Ich höre, ich werfe Granate auf dich, ey. Oh, ich weiß nicht. Ja. Also ich find... Alter, ich hab schon... Warum schadet die noch? Ach, wie ein Unterfall, ne? Kann ich das überspringen? Ich hab das Gefühl, dass ich ganz beim Spilen mit so einer Schottis und kein Headercusti. Äh? Weiche von mir. Was ist das denn hier? Swat. Alter, ist das denn der... Was ist das denn? Warte. Wow, 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 wow. Du kriegst das Gefühl, dass... Alter, wer hat geschossen? Amor schon. Ey, das ist du bist. Alter. Ja, deshalb hab ich auch eine M16, du Vogel. Alter, ich hab in den Himmel geschossen. Ja, und als erstes gesagt. Alter. Ja, scheiße, ne? Traitor. Ja, ja, sagst du. Alter, ich bin kein Traitor. Ich bin geil. Ich bin Inno, ich bin... Ich bin auf jeden Fall Inno, sonst hätt ich schon längst den Denny gerade weggemacht von hinten. Ja, ja, komm, komm. Wir standen alle auf einem Fleck, ja, ja, komm. Na komm, trotzdem wegholen dir den Jihad-Gibs nicht, Junge. Ja, das wären wies, Jihad-Bombe, aber die machen wir noch rein. Auch die AK, die Sile. Auf jeden Fall, na, 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 na. Alles außer Silent-AVP und M4... Alles außer Silent-M4... Äh, AWP war das, ne? Die ist verboten. Weil die ist zu mächtig. Die One-Shotted, nämlich. Das ist scheiße. Ja, das ist halt mega OP. Dann sitzt der auf dem Lloyd-Turm und holt sich alle drei weg. Dann hat das. Wir spielen auch nächste Woche, wir spielen auch nächste Woche zu sechs, wahrscheinlich. Der Austin. Das wird auch noch alles kommen. Ja, richtig. Vielleicht macht er auch sogar noch ein Mädel, mate. Oh, Alter. Die Granate hat mich fast getötet. Mich auch. Den töt ich jetzt. Bin im Wasser. Wer die Granate geworfen hat, ist für mich KOS. Ich will komm, ich bin weg. Ich hab sie nicht geworfen. Amoxon, du warst das, du kamst von da hinten. Amoxon, weil ich hab sie nicht geworfen. Der ist KOS. Amoxon ist für mich KOS. Was heißt denn? Kill on side. Kill on side. Ich spiel dir kein Desi. Nein. Weißt du doch. Amoxon ist es. Amoxon ist es. Nichts. Amoxon ist es. Ja, tatsächlich. Ich hab's schön beobachtet. Ich wusste es wieder, Mann. Ich weiß zwar, aber ich hab die Granate wirklich nicht geworfen. Die Granate hast du geworfen. Deine Mutti hat die Granate geworfen. Ich hab die geworfen. Oh, geil. Ich dachte aber echt, der war's. Ehrlich. Ich hatte total eine Intuition. Und ich wusste, ha genau, Amoxon war's. Aber er war's trotzdem nicht mit der Granate. Ja. Nein. Aber er war ganz halt so leis und hat sich wie so'n Traitor aufgehalten. Das war original Traitor-Verhalten. Dann musste ich ihn wegnallen. Alter, die huge. Die huge ist so kacke. Nimm die weg. Hol den jetzt an den Feuer. Ich weiß. Dann nimm ich mir lieber ein Rifle. Oh, wir sind da unten. Ey, schon wieder innocent, Mann. Illocentrischer Junge. Geht mir halt auf den Sack. Geht ja immer gar nicht klar. Ich hoffe, die Folgen werden so 15 Minuten lang. Danny ist Traitor. Er hat innocent gesagt. Ja. Wer schießt? Leute, da ist gerade einer gestorben. Da ist gerade einer gestorben. Der oben. Der da oben war's. Warte, wer ist von dem Haus gerade gesprungen? Es war der andere. Entweder Danny oder Amoxon, wenn der andere nicht lebt. Der ist gerade gerade ins Wasser unten gesprungen. Ich schwöre auf alles. Der ist abknallt. Ich vertraue dir jetzt. Ja, ja. Komm. Hey, ich trotze dich in dem Fall. Ohne Spaß. War da hinten. War da hinten nicht einer? Ohne Spaß. Also entweder Danny. Danny. Amoxon. Ihr seid so ne Stricher, ne? So ne Stricher. Kleinen dummen Wichser. Die wollen uns gegeneinander aufhetzen. Keine Angst. Ich bin innocent. Ich schwöre. Ich auch. Ja. Ohne Spaß. Jetzt holen wir den jetzt weg. Ohne Spaß. Das fickle jetzt seine Oma. Das Gute ist, ich hab nen Rifle und kann... Alter, ich werd abgeschossen. Ich seh es. Warte. Ah. Nein, scheiß Rifle. Quickscope. Fuck it. Du bist so ein Noob. Ach man, Rifle, alter. Nicht du, Danny, sondern der andere da. Der ist so krank. Alter, der Schlag... Halt die Schnauze. So, der Awesome. Der Amoxon hab ich einfach einen Hellshot gegeben. Das war... Ich wusste es. Ich hab das ohne Spaß gesehen. Ich hab mir gedacht, einer von euch muss es gewesen sein. Alter, ich bin schon wieder in der Perfektion. Alter, ich hab mein Karma wieder voll aufgebaut, ey. Voll gar nicht. Und da kam ich von hinten und hab euch beide umgedreht. Das war richtig asozial. Du hast drauf geachtet, dass keiner auf mich achtet. Ohne Witz mehr. Ich wusste, dass Danny es war. Ich wusste, dass Danny oder Amoxon es waren. War ja ohne schwer, ne? Ich hab einen Kill gehabt. Nein, 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 nein. Lava. Nein. Tschüss, Danny. Ist Danny draufgegangen? Oh, Alter. Ich hab richtig viel Damage vom Kaktus genommen. Was ist das denn für eine Scheiße? Der Kaktus tötet dich. Was ist das für ein Kack, Alter. Jetzt hab ich nur noch 88. Oh, das ist immer ein ganz schön deutsches Leben. Arschloch. What the fuck, wer ist hier? Ich bin hier. Amoxon. Ey, wieso kann ich die noch? Und alle, alle sind hier. Der, ah, Dingens! Ey. Wie eine Huwe von hinten. Das war eine Premium-Twitter-Runde. Premium, Alter. Eine Waffe, die du hast, erst mal den Kuh wegwerfen. Achso, ich hatte dann eigentlich schon eine Pistol, aber egal. Oh mein Gott. Ja, kann sein, dass du die andere direkt wieder aufgerufen hast. Achso, ja, das könnte ich sagen. Na, Alter, ich bin schon wieder in der Lava gespawnt. Alter, ich schwör euch, ich bin gerade in der Lava gespawnt. Äh, während der Runde. Das ist ganz schön assi. Ja. Das war für mich das leiste Spiel, wenn die beiden Afghada stehen und keine Waffe aufgerätten. Hab ich gesehen. Ey, willst du mich verarschen? Ich kann doch nicht schon wieder innocent sein. Das gibt's doch nicht. Alter, jetzt bin ich wieder innocent. Das ist doch scheiße. Traitor. Junge, ich war nicht einmal Traitor. Als ob ich dazu sagen würde, natürlich bin ich innocent. Ja, ja. Danny ist auch Traitor. Danny ist Traitor. Danny ist Traitor. Alter. Okay, baller mich ab. Frei zum Abschluss, frei zum Abschluss. Genau. Ist kein random kill. Alter, ich vertraue gerade keinen. Ich vertraue gerade echt keinen. Alter, ich schwör euch, ich bin kein Traitor. Habt bis denn dann. Innocent, was gibt's denn sonst? Ja, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht, was es noch gibt. Sagst du es mir noch, mein Traitor-Freund. Aha, wir sind also Freunde. Ich wette, du bist Traitor auf 100%. Ja, ich wette, ihr seid alle Traitor. Richtig. Ach, sowieso alle. Bei 25% Traitor, bei 4 Spielen, dann sitzt 2. Ich mach gleich lelelelele. Alter, ohne Spaß. Das ist der biggest cheater on earth. Okay, der steht da mit einer Mac-10. Das. Wo ist denn der Danny schon wieder hin? Der ist da schon wieder so auf Abwägen. Hast du die Mac von McDonald's? Oh. Alter. Alter. Ja, warte mal. Mal lieber hinter dich anstatt bei mir. Der ist da oben auf dem Turm. Alter, der ist meiner Meinung nach Traitor. Traitor. Wenn er sich schon so zurückzieht. Leute, ich schwöre, ich bin kein Traitor. Ich hab versucht, den einen der ist. Ich hab versucht, den einen der ist. Du bist Traitor. Ey, und ich weiß, ich hol mir den jetzt. Ich hol mir den jetzt, okay? Ach, scheiße. Vorsicht, weg vom Laufsturm. Vorsicht, weg. Ich bin das nicht. Weg vom Leuchtturm. Nein, nein, warte, warte. Ach, das war's? Lol? Alter, Smoke? Danny, bist du Traitor? Ja oder nein? Nein. Ich schwöre's dir. Nein. Ich weiß es nicht. Ich vertraue aber gerade auch irgendwie gar keinem. Dir vertraue ich sowieso nicht, du Austin. Der Daydreamer ist das. Ja, genau. Kommst denn auf die Idee? Ja, weil der mich die ganze Zeit übel versucht zu verdächtigen. Du zwar auch, aber der macht das voll auffällig. Ich verdächtige auch Austin extrem. Die Stimmlage ist einfach, naja. Wie immer. Nein. Wie immer. Auf jeden Fall, du kennst mich seit 20 Minuten und kannst meine Stimmlage aus in der Hand. Ja, kann ich schon. Kann ich schon. Das ist ein mieser Motherfucker. Ey, du hast ein Messer in der Hand, oder? Du Sau. Du kleiner Wichser, das ist eine Shotgun. Du hast ja jetzt runtergekriegt. Du, hat, irgendeiner hatte gerade ein Messer in der Hand von euch strichern. Also Danny ist es schon mal nicht. Ich schließe ihn aus. Alter, ich schwöre euch, der Amoktor kann das nicht sein. Der weiß nicht mal, wie man das macht mit dem Messer. Was für ein Messer denn? Ja, okay. Alles klar. Ich schwöre euch, der meint das ernst. Also ich tippe auf Austin. Also Danny ist für mich raus. Ich hatte kein Messer in der Hand. Ich, 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 ich verziehe dich nicht. Ohne Spaß, ich schwöre, ich hatte kein Messer in der Hand. Ja, komm, deine Zeit läuft. Ich wollte mir auch ein Messer holen, es wäre dumm, ein Messer zu kaufen. Vielleicht willst du ja eine Schnitt. Vielleicht wolltest du ja Nutella schmieren. Wie, was? Kann man denn mit dem Messer ran? Ich hab das nur nicht genutzt. Alter! Nutella. Ja, oder? Bei mir. War ihr da oben, oder was? Oh mein Gott, es ist eine Rothekrohrein. Ey, kann man mit Messer 1 hinmachen, oder warum? Nein, kann man nicht. Aber, aber macht keine Geräusche, ist klar. Ja, ey, der fragt so nach mit dem Messer. Ja, ich kenn das wirklich nicht, ich spiele das, hab das noch nie gesehen. Pete Smith hat in seinen 96 Folgen noch nie einmal das Messer haben. Aber ich muss gerade, ich muss gerade sagen, das sieht für mich jetzt auch gerade aus wie ein Messer, wenn er die Mac 12 in der Hand, äh, Mac 10 in der Hand hat. Das sieht ein bisschen fail aus. Könnte auch sein, dass ich mich geirrt hab. Ja, auf jeden Fall muss der Traitor Gas geben, ne? Irgendwann ist nämlich Ende. Also, Vollgas. Overtime oder so, glaube ich, aber. Weiß ich nicht, Haste Mode oder so, ne? Wo ist denn eigentlich unser Freund? Moment, da oben gammelt der. Hier bin ich. Ich bin schon, Alter. Alter. Wird der jemand jetzt gerade Discourse oder Bogen? Ne, das war ja meine, das war meine, ich hab die mal da unten reingeworfen. Ich find, wo habt ihr die ganze Granaten her? Ich find nicht mal eine. Ja, oben liegen doch immer ganz viele. Ja, da oben. Da lauf ich bestimmt nicht hin. Oh, du Sau, Amoxon! Ne, was? Quatsch. Sorry. Aber ich hab ihn. Ich hatte keine Chance mehr. Ja, du hattest doch noch Zeit. Ich wusste, dass du's warst. Ich hab's an der Stimme doch erkannt. Ich sag's doch. Deine Mutti hat's an der Stimme erkannt. Ja, 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 ja. So, das war's schon wieder. Ja, ehrlich? Ach ja, tatsächlich. Oh, ja, tatsächlich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hab's euch da wieder ein. Jo. Nächste Folge vielleicht ein bisschen professioneller. Tschüss. Ciao. Tschö. 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 Tschö.